moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du daraus wieder eingeschaltet hast und ja heute geht es weiter mit der five m reihe und zwar habe ich heute ein neues mlo für euch und ja die map würde ich sagen gucken wir uns mal an es geht um eiscreme auf jeden fall und ja so das befindet sich dann hier wir können einmal ganz kurz die map öffnen und dann würde ich sagen gucken wir uns das gute stück einfach mal von außen kurz noch an sieht wirklich gut aus sieht halt wirklich top aus auch mit dem holzfußboden und ja hinten haben wir noch so eine art küche so da können wir das eiscreme dann herstellen quasi ja wenn wir die folgenden scripts dann auch haben gut leute dann würde ich sagen kommen wir auch direkt für installationen link wie immer unten in der video beschreibung und sodass könnt ihr das ganze einfach herunterladen und einmal auspacken wenn ihr euch das ganze heruntergeladen habt dann habt ihr diese zip und die müssen einmal auspacken und dann haben wir diesen ordner hier und hier kopieren wir uns schon mal den namen raus gehen in den resource ordner und ziehen einfach diesen ordner in den resource ordner gehen dann anschließend zurück und müssen noch in die server cfg das machen wir ganz kurz so und dann müssen wir das ganze hier unten einfach nur noch starten und dann einmal abspeichern und den server restarten somit haben wir die map erfolgreich installiert gut leute falls euch das video so weit gefallen haben sollte dann lasst doch vielmehr daumen rum da kommentieren abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder haut rein und ciao ciao